Es ist sowieso richtig idiotisch von mir, dass ich überhaupt diesen Modus hier spiele, weil man sieht, ich sterbe. Hallihallo und damit auch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Und der Kihito-RPA ist mal wieder hier am Stissel, das muss man auch mal wieder sagen. Und das ist auch lange her und wir spielen einen tollen... Achso, ja stimmt, wir dürfen ja jetzt noch gar nicht schießen. Ich bin ja auch schon so ein kleiner fieser Bursch und will direkt anfangen zu ballern. Nee, aber wir spielen heute eine Runde Turf Wars auf den Server Mindplex. Ist auch ein kleines Minispiel auf dem Server, sollte der ein oder andere kennen. Ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, wir haben gerade so eine Ruhephase. In der Zeit können wir hier mit der Wolle uns sozusagen eine Barrikade bauen. Und, okay, das habe ich echt scheiße gemacht, Leute. Und wenn man diese halt gebaut hat, muss man einfach nur versuchen, das gegnerische Team auszuschalten. Also die einfach mit einem Bogen beballern. Und wenn man einmal trifft, dann ist dieser Gegner auch One-Hit. Also nicht so ein Spiel, was wir eigentlich spielen sollten, weil ich so ein richtig schlechter Bursche bin mit dem Bogen. So, und ich tappe gar nichts. Das ist doch unfassbar. So, den da, den tappen wir auch nicht. Oh, und der hat uns richtig schön erwischt. Leute, ich komme gleich erst in Fahrt. Ähm, es ist eigentlich sowieso richtig idiotisch von mir, dass ich überhaupt diesen Modus hier spiele. Weil, man sieht, ich sterbe. Ich sterbe auch nie und das ist nicht so geil, Leute. Das ist echt nicht so geil. Meine Maus hat da irgendwie drum gespinnt. Hä, wieso treffe ich den nicht? Wieso treffe ich den nicht? Hä, ich verstehe das gerade echt nicht. Sein physikalisch ist das unmöglich, dass ich nicht treffe. So, und den müssen wir doch nicht... Oh, endlich mal ein Zepper. So. Ah, verdammt. Ich habe erst eingekillt. Das ist echt nicht gut. Für meine Verhältnisse in diesem Modus sogar gar nicht, weil... Ich weiß nicht. Normalerweise bin ich ein bisschen besser in diesem Modus. Aber, egal. Ich wäre ja nicht Kihito-LP, wenn ich nicht sagen würde, dass ich der schlechteste Spieler im Bogen bin. Und damit werde ich einfach nur meinem Namen gerecht, ne? Okay. Darf ich einfach mal gar keinen, obwohl da tausend Leute sind. Und ich komme nicht dazu, diesen Scheiß hier mal richtig anzuvisieren. Wie schwach ist denn diese Runde? Ich bin einfach nur richtig schlecht im Bogen. Und jetzt ist wieder eine Ruhephase. Das ist doch unfassbar, Leute. Leute, das wird nichts. Das wird nichts. Muss mal besser werden im Bogen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wieso ich so ein Modus spiele, Obwohl ich gerade erst wieder anfange, Minecraft zu zocken. Weil die ganze Zeit, wo ich keine Videos gemacht hatte, hatte ich auch... Genau. Leute, die erste Aufnahme mal wieder. Und ich bin einfach nur richtig scheiße. Aber so richtig scheiße. Das ist sogar für meine Verhältnisse echt... Oh mein Gott, man. Das ist echt... Das ist schlimm, Leute. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. So. Oh, oh. Ja, genau. Oh, fuck. Ich wäre sogar fast in die Schlucht geflogen. So. Den... Ey, ganz ehrlich, den hatten wir doch. Wir werden hier verarscht auf... Strich und Faden. Oh, den haben wir aber richtig schön von der Luft erwischt. Mindestens einen geilen Stepper. Und noch einen. Okay, okay, Leute. Jetzt bin ich in Fahrt. Oder ich werde gleich sterben. Das kann natürlich auch passieren. Oh, ja. Das sah ich kommen. Die Typen haben gute Deckung und wir haben einfach gar nichts. Das ist auch nicht so ein guter Vorteil für uns jetzt. Aber ist egal. Denn... Hä, wieso zerfe ich denn nicht? Das ist doch eigentlich so ein guter Schuss, Leute. Genau. Da zifft er mich einfach von da. Das ist ein richtig hässlicher Typ. Also, Leute. Ich will mal sagen. Diese Runde werden wir sowas von verkacken. Und so wenig Leute, wie ich hier treffe. Das ist echt unfassbar. Scheiße. So. Oh, den haben wir getroffen. Und da hat uns der andere getroffen. Das ist doch... Wir brauchen... Wir brauchen... Verdammte... Hier, guck mal. Genau sowas brauchen wir. Eine richtig fette Barrikade. Aber es bringt nichts, wenn ich mich auf die Barrikade stelle, oder? Hä? Irgendwie? Es scheint so, als würde ich treffen, aber ich treffe irgendwie nicht. Heute ist irgendwie was mit dem Bogen los. Entweder treffe ich wirklich ab und zu, aber das wird nicht erkannt. Oder ich bin einfach nur scheiße und ziff wirklich nicht. Und ich würde denken, es ist eher die zweite Variante. So. Ich kann auch gerade gar nicht entspannt zielen. So. Da spammen wir jetzt ein bisschen durch. Oh, da kommt einer. Fuck! Ich wollte gerade richtig schnell da hinziehen, aber... Hab da auch irgendwie nicht getroffen. Obwohl, ich dachte, dieser Pfeil trifft ihn jetzt wieder. Weil... Ich weiß nicht. Irgendwie ist das gerade richtig komisch. Ich denke ab und zu wirklich, ich treffe. Genau. Jetzt werde ich wieder zurückgedrängt. Diese Runde bin ich aber auch so scheiße, Leute. Das ist echt... Oh mein Gott. Jetzt werde ich wieder zurückgedrängt. Unser Team würde jetzt verkacken. Wir werden zu stark zurückgedrängt. Den haben wir aber bekommen. Der war safe, Leute. Der war safe. So. Da stehen noch tausend Spieler. Wieso treffe ich denn die nicht? Ich kriege ja keine Pfeile mehr. Ja, geil. Aber gut, ich dachte schon. War ein bisschen buggy. Ich habe sehr, sehr lange keine Pfeile bekommen. So. Oh, den haben wir auch nochmal richtig fett erwischt, Leute. So, jetzt will ich da aber wieder hochkommen. Hier ist so ein bisschen Jump'n'Run-Action. Ah, verdammt. Ich wollte gerade schießen. Ja, die Blauen haben da oben ein bisschen bessere Defense als wir. Aber, Leute. Das kümmert uns alle nicht. Oh! Wie habe ich den denn erwischt? So. So. So, jetzt kriegen wir bitte ein Pfeil, Mann. Wieso kommt kein Pfeil? Was ist das denn? Das ist doch Buggy. Shit. Die kommen doch gar nicht nach so einer langen Zeit erst wieder. Die kommen alle drei Sekunden oder so. Und ich kriege einfach kein Pfeil und der Typ ballert weiter und weiter und weiter, ne? So soll es doch sein. Warum auch nicht? Ich weiß auch nicht, was das hier für eine Defense sein soll, Leute. Aber ist mir auch vollkommen scheißegal. Weil wir werden eh gleich wieder sterben. So. Was? Das hat ihn doch voll erwischt. Okay. Ganz ehrlich, der erste Pfeil hat ihn getroffen. Das gibt's doch nicht. Okay, es gibt aber auch diese Minecraft-Bugs. Das sehe ich ja manchmal selber. Dass mich ein Pfeil treffen würde. Aber der pfeilt einfach ab. Der Pfeil pfeilt dann einfach ab. So. So. Scheiße, das stand mein Kollege vor mir. Ah, wieso treffe ich nicht? Das ist eine gute Frage, ne? Wieso treffe ich eigentlich nicht? Ja. Den haben wir erwischt. Oh nein. Was? Das ist doch eine richtige Scheiße jetzt. Wie der bewohnte ich jetzt in die Lava gepusht. Ey, Leute, aber. Wir können diese Sonde noch für uns entscheiden. Also, ich glaub's zwar dann, aber ich glaub nicht, dass es klappen wird. Oh. Verdammt. Wie kann der mich eigentlich auch treffen? Und wenn ich da reinschieße in das Loch, treffe ich ihn nicht. Das ergibt auch keinen Sinn, Leute. Genau. Okay, wir haben gleich verloren. Die haben uns schon ganz, ganz nach hinten gedrängt. Treffen sie jetzt doch zwei Leute hintereinander. Ist es vorbei? Ja, ist es vorbei. Schade. Da haben uns die Gegend ein bisschen in den Arsch gefestet, würde ich mal sagen. Aber. Leute. Ich bin ganz ehrlich, ne. Von meiner Leistung bin ich echt ein bisschen erniedigt. Äh, erniedigt. Jetzt ein bisschen so, ne. Ich, ich finde auch, das war echt keine gute Leistung so mit dem Bogen. Wenn man sich davor noch diese eine Sonde anguckt mit mir, wo ich mit einem Skeleton, ähm, bei Super Smash Mops gespielt habe, war das jetzt eine richtige Scheißleistung. Aber, ich meine ja, ich habe manchmal meine Tage, da bin ich gut mit dem Bogen. Und mal habe ich die Tage, da bin ich scheiße im Bogen. Und heute war mal wieder so ein Tag, da war ich scheiße im Bogen. Und das muss man auch mal akzeptieren, so wie es ist, ne. Ähm, damit ich jetzt nicht vollkommen auslasten werde, denn, bevor das Webverfeh- Ach, hey. Ich fassbe mich jetzt auch schon eine ganze Zeit. Auf jeden Fall verlassen wir jetzt dieses Spiel. Ich würde mal sagen, das wäre es mit der heutigen Runde gewesen, Leute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ihr nochmal so eine Runde sehen wollt, was ich irgendwie nicht denke, weil erstmal die Leistung war vollkommen im Arsch und ich wäre schon fast ausgerastet bei diesem einen Moment. Aber, das ist jetzt diese innere Wut, die sich in mir aufstaut, ne. Aber gut, falls ihr mehr davon sehen wollt, schreibt das unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, ich glaube, die restliche Woche würde jetzt auch ein Video kommen, außer am Wochenende. Äh, es gibt ja zur Zeit diese Upload-Probleme bei mir. Liegt jetzt nicht an YouTube oder sowas, sondern eher an mir selbst, weil ich privat, wie gesagt, sehr viel zu tun habe. Und damit würde ich einfach, einfach mal sagen, das ist trotzdem heute mit der Folge gewesen. Dann sag ich Tschüss, reingehauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.